Allerdings wechselt sich bei dieser Machart ein ähnliches Kettendieb mit drei runden Elementen ab. Sie ist perfekt für sie, wenn sie eine etwas extravagantere Variante bevorzugen. Diese Kettennaht zeichnet sich dadurch aus, dass PSRW einzelne Glieder ineinander verflochten sind. Bei Schlangenketten sind die einzelnen Glieder dicht aneinander gesetzt. Diese geschmeidige und bewegliche Variation ist sehr dezent. Die perfekte Halskette FR-Herren, PSRW ist unhofflich M-Gen. Entdecken Sie neben Buchstaben und Kreuzanhängen auch unsere Auswahl an Sternzeichen-Anhängen. WH-EWN Sie die passende W-M-G-E bei all unseren Halskettenmodellen kennen Sie zwischen verschiedenen L-N-Gen WH-EWN. Besonders beliebt und effektiv die meisten Herren passen sind PSRW-Halsketten mit einer L-N-G-E von 50 cm. Sie kann sich bei der Wahl der L-N-G-E an der folgenden W-E-Sicht orientieren. Ihr Halsumfang spielt dabei eine wesentliche Rolle. Nutzen Sie ein Maband oder einen Bindfaden, um den Umfang Ihres Halses zu messen. Sollten Sie einen Bindfaden verwenden, schneiden Sie diesen ab und messen Sie die L-N-G-E mit einem Lineal- oder Zollstock aus. Sie kann einen Bindfaden auch verwenden, um Ihre G-EWN-Schütte-Kettenhe zu bestimmen. Schneiden Sie ihn so ab, dass der Bindfaden die G-EWN-Schütte-L-N-G-E Ihre Halskette hat. Messen Sie die L-N-G-E des Bindfadens, um die passende Kettenhe zu bestimmen. Goldketten-Fr-Herren richtig aufbewahren und pflegen damit Sie lange Freude an Ihrer Goldkette haben, ist es wichtig, die Halskette richtig aufzubewahren. Bei Zahlung per Verabweisung oder Sofortverweisung erhalten Sie 3% Vorkästes-Konto. Dabei hinaus kann Ihnen Sie auch ganz bequem per Amazon Pay, Apple Pay, Jira Pay, Google Pay, Kreditkarte, Lastschrift, Nachname, Pay, Friend, Ratenkauf oder Rechnung zahlen. Danke fürs Zuschauen. Bitte abonnieren.